Ich habe das Gefühl, dass im Netz punkto Wein entweder eine sehr oberflächliche, minimalistische Interaktion stattfindet oder gar nichts. Das Ziel vom Wein hier, sicher sind wir noch eine Strecke von diesem Ziel entfernt, ist, dass es eine richtig bombastische, vielfältige, bunte Interaktion gibt zwischen Winzer und Weintrinker, Freaks, Weinfreunder und alle anderen, die den Wein geil finden.